Ui! Der muss nur, der nur muss, der nur muss, dass was geschieht muss, der muss nur müssen, obwohl es nur geschieht. Und der nur muss glauben, dass er das müssen muss, der muss nur. Der habe nicht, der nicht hat, nur der habe nicht, ist sich selbst noch manchmal viel zu viel, denn er ist der Anker, er ist kein Anker, er ist der Prometheus, die Welt auf den Schultern trägt und er drückt, er wird. Verwirrung ist groß, Verwirrung ist groß, Verwirrung ist groß, Verwirrung, große Verwicklung, Verwirrung im Spinnennetz der Ewigkeit. Ich spinne, ich spinne, ich spinne wie die Spinne, das Netz der grundlegentlichen Gedanken von mir und der Welt und dem Universum und all den anderen Erscheinungen. Bin ich alle, bin ich alle, der habe nichts, der schon vor der Zeit nie war, nichts ist, was er je sich denken könnte und so nicht das begreifen kann, was er ist. Und so im Dilemma steckt, dass er immer begreifen muss, was er ist, aber nicht sehen kann, dass er nicht begreifen kann, was er ist, nur dass er ist, der habe nicht. Also wei